Ich bin Anna, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Deutschland und ich bin hier, weil ich gerne neue Leute kennenlernen würde, aus Deutschland oder eben auch international. Und was ich mir von hier erwarte ist, dass ich neue Dinge lerne, gerade auch über andere CVM's, was man hier gerade merkt, dass zu unserem deutschen CVM ein extremer Unterschied ist im Gegensatz zum CVM England und dass ich dadurch das auch praktisch mit in die Jugendarbeit mit einbauen kann.